Neun Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch informieren, dass ich ein Amino gegründet habe. Amino ist eine App, wo man Communities finden kann. Ich habe hier auch einen Manager dazu, den Amino Community Manager. Da kann ich Sachen posten und so. Das ist ein Community Amino. Da würde ich sehr gerne euch reintun. Also ich mache dann einen Link und ihr könnt rein. Ich hoffe, es werden so viele reinkommen, wie es geht. Und ja, sonst würde ich jetzt einfach mal mich gleich auch wieder verabschieden vom Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und kommt bitte in den Amino rein. Danke!